Hallo und willkommen bei diesem Video zum Thema Affiliate Marketing Erfolg. Fortsetzung von Kapitel 3 In diesem Video werden wir die wichtigsten Kennzahlen für den Erfolg von Affiliate Marketing sowie Tipps zur Optimierung Ihrer Bemühungen und nützliche Analyse-Tools und Methoden besprechen. Achtung! Wichtig bitte mit Kapitel 1 anfangen. Ich verlinke es oben rechts in der Infokarte. Wichtige Kennzahlen Es gibt eine Reihe von Kennzahlen, die für den Erfolg von Affiliate Marketing wichtig sind. Darunter Klickrate, Conversionrate, durchschnittlicher Verkaufspreis und Kundenloyalität. Verstehen Sie diese Kennzahlen und überwachen Sie sie regelmäßig, um den Erfolg Ihrer Marketingbemühungen zu bewerten. Tipps zur Optimierung Um Ihre Affiliate Marketing Bemühungen zu optimieren, sollten Sie sorgfältig Ihre Zielgruppe definieren, qualitativ hochwertige Produkte auswählen, die richtigen Marketingkanäle nutzen und ansprechende Inhalte erstellen. Überwachen und testen Sie regelmäßig Ihre Bemühungen, um zu sehen, was am besten funktioniert. Analyse-Tools und Methoden Es gibt eine Vielzahl von Analyse-Tools und Methoden, die Sie nutzen können, um den Erfolg Ihrer Affiliate Marketingbemühungen zu bewerten. Dazu gehören beispielsweise Google Analytics, Affiliate-Tracking-Software und A-B-Testing. Verwenden Sie diese Tools und Methoden, um bessere Entscheidungen zu treffen und Ihre Bemühungen zu optimieren. Vergiss bitte nicht, ein Like für uns darzulassen. Es ist eine kleine Geste von Dir und für uns ein großer Support. Stopp! Und abonnieren bitte nicht vergessen! Das war es für dieses Video zu wichtigen Kennzahlen, Tipps und Analyse-Tools für den Erfolg von Affiliate Marketing. Verwenden Sie die oben genannten Tipps und Tools, um Ihre Affiliate Marketing Bemühungen zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!